Hallo und herzlich Willkommen zurück zu CitySkylines. Weiter geht's! Das ist doch bestimmt hier eine Einbahnstraße, oder? Ja, nee. Nee, es ist nur zwei. Okay. Dann nur zweispurige. Einen Moment. Ich habe gerade eine Fliege. Ich denke es ist egal. Ähm. Ich denke es ist egal. 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 Hier baut sich noch nichts oder? Nö. Hier will noch keiner hin. Ist auch nicht so schlimm. Wo war ich hier? Ich würde nämlich gerne das... Ähm. Wie heißt es? Wie heißen die Dinger? Bürogebäude? Bürogebiet. Genau. Erweitern. Und zwar hier hin. So, 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 so und so. Langsam kommen wir an einen Punkt wo wir wesentlich mehr Geld haben als wir ausgeben können, oder? Ich meine die Anfrage steigt nicht wirklich, aber wir können noch so viel weiter bauen. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Transportrum. Den wollte ich ja dann hier wahrscheinlich irgendwo hinsetzen. Mal gucken wo der hinpasst. Hier würde der hinpassen, ok. Was haben wir noch? Durchschnittliche Müllberge pro Gebäude mindestens. Wenn ich verstehe die Voraussetzungen, bin ich durchschnittliche Müllberg pro Gebäude? Ich brauche 25 Müllberge pro Gebäude, was soll das bedeuten? Dass ich mein Müll sammeln muss, oder was? Ich brauche mal dieses Gebäude heranzukommen. Was ist hier? Alle Steuersätze mindestens vier Prozent. Vier Prozent? Äh. Huh. Was haben wir noch? Industriegebiete. Okay. Durchschnittliche Bürgergesundheit unter 20 Prozent. Warte, soll das bedeuten? Ich soll meine Stadt abfacken, damit ich diese Gebäude bekomme? Füllen sie 23 von Friedhöfen. Ja, Friedhöfen. Ich meine, gegen diese ganzen Sachen gehe ich ja eigentlich die ganze Zeit entgegen. Was noch? Wöchentliche Bildungsausgaben. Ja gut, das macht sich irgendwann mit der Zeit, wenn wir mehr Schulen bauen. Bürogebiete. Alles klar. Äh. Krimi... Das meine ich, soll ich jetzt wirklich darauf ausgehen, meine Stadt mit Kriminalität zu füllen, damit ich dieses Gebäude bekomme? Bauen sie einen Flughafen. Ja gut, soweit sind wir noch nicht. Gewerbegebiete. Mehr Unis bauen, klar. Was? Zehntausend? Ich hab null. Arbeitslosenquote. Mir gefällt das irgendwie nicht. Oh, 50% der Bevölkerung hochgebildet. Hier haben wir schon 45%. Tendenz steigend. Ja, ist doch gut jetzt hier. Ich hab's doch gesehen. Äh. Genau. Theater der Wunder. Bauen sie Instanzen von Universitäten. Apropos. Bildungssystem. Wie sieht das hier aus? Grundschulen schon wieder fast überlastet. Oberschulen auch. Nur die Universität nicht. Universität Hent, besser gesagt. Was sagen die denn? Viel Platz. Viel Platz. Okay. Also da muss ich echt nix verwenden. Ne, ne, ne. Brauche ich nicht. Aber die Grundschulen sind schon wieder überfüllt. Hier können wir doch direkt eine hinsetzen. Ne, ne, das ist von der Oberschule, oder? Ja, egal. Die brauchen wir auch. Und jetzt Grundschulen. Setz ich eine. Direkt daneben. Alter, das ist immer noch knapp an der Grenze. Wow. Bürger mit Abschluss. 91 Prozent. Krass. Und dass die meisten unserer Bürger hochgebildet sind, das finde ich auch gut. Setzt jetzt hier unten noch einer hin. Hier. Und hier kommt auch noch einer hin. Ja, Kriminalität. Ich meine, da mache ich ja nicht mal wirklich. Was für Gefängnisverfügbarkeit. Okay. Ich möchte keine 50 Prozent Kriminalität in meiner Stadt haben. Und ich glaube, das ist nachvollziehbar. Oh. Oh. Eine Feuerwehr muss hier unten hin. ницу bis dahin. Ich gehe einfach mal. Schnee Sonnen. Oder??? Ich gehe da, also. Das war's für heute. Meine Überlegung ist es auch, ich weiß gar nicht, ob die heute noch existiert, aber früher, damals, als das Spiel rauskam, gab es eine Mod, mit der man, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, mit der man diese, man hat ja in einem normalen Spiel nur die Möglichkeit, neun Felder zu bauen. Das insgesamt Feld ist aber, ich glaube, 20 Felder groß, also sprich 5 mal, oder es ist 25 Felder müssten es sein. Oh, da ist ein Blitz eingeschlagen. Also, 5 mal 5. Wir haben jetzt nur noch die Möglichkeit, glaube ich, 2 Erweiterungen zu holen, müssen die aber nicht hier und hier ransetzen, damit es quadratisch ist. Wir könnten in der Theorie auch zum Beispiel hier noch ein Gebiet ransetzen und hier, weil es ja halt die 20 Gebiete gibt. Und es gibt Mods, darauf wollte ich natürlich hinaus, wodurch man alle freispielen kann. Und ich bin, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ob es die noch gibt, ich muss nach der Aufnahme mal danach gucken, ob da noch suchen, weil es wäre natürlich wesentlich praktischer, wenn wir hier noch mehr ausfilmen können. So viel Platz haben wir dann auch nicht mehr, sind es zum Bauen. Mit den zusätzlichen, was wären das dann? 3, 6, 9, 12, 16 Felder? Ne, doch, 16 Felder, wa? Hätten wir noch hier unten viel Platz. Hier könnte man den Berg noch mit einbauen. Und hier oben. Und natürlich hier weiterbauen, wie ich es ja eigentlich wollte. Weil die Straßen sind ja auch alle schon so gelehnt. Muss mir das mal aufschreiben, sonst vergesse ich es wieder. Äh, hier. Cities. Wie heißt das? Wie nennt man das? Diese Quadrate. Kacheln. Cities. Kacheln. Mod. Ich vergesse es sonst wieder. Das muss ich mir aufschreiben. Ähm, genau. Und dieser Friedhof ist jetzt voll, ja? Ist ja toll. Wie viele Friedhöhe brauche ich volle, damit ich dieses eine Gebäude bekomme? Drei? Was war denn das? Nein. 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 Da. Platz der Toten. Also ein Park. Hm. Fällt mir gerade ein. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, diese Gebäude hier frei zu spielen, ohne halt diese Voraussetzungen erfüllen zu müssen, halt auch durch Mods. Komm her, du Drecksfliege. Weg ist. Immer wieder das Gleiche. Ich überleg's mir auf jeden Fall. Hä? Was zur Hölle? Alter, wieso ist das kaputt? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ist hier ein Blitz eingeschlagen oder so? Ich habe noch nie gesehen, dass eine Hochspannungswertung kaputt geht. Krass. Das habe ich tatsächlich wirklich noch nie gesehen, dass eine Hochspannungswertung kaputt geht. Vielleicht ist da ein Blitz eingeschlagen. Vielleicht geht das. Wissen tue ich's nicht. Ihr braucht auf jeden Fall einen Spielpatienten. Und ein... Ein Hundepark. Ich werde das gut auf keinen Moment an. so ein Karussell könnte man doch hier bestimmt irgendwo gut ran setzen ein Karussell und eine Hüpfbung so ein Karussell Die Defizite Ich finde das super So Und dann Nein, nein, nein Ist das falsch? Das wollte ich So Und 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 so Gesundheitssystem Gesundheitswesenverfügbarkeit Das ist doch schön Durchschnittsgesundheit 66% Das ist weniger schön Und so Und so Und so Und so Wenn es eigentlich voll ist Wären hier keine Leute mehr abgeholt Also brauchen wir Wo haben wir genug Platz Hier finde ich gut Friedhofsauslastung ist bei 51%. Wow. Ich frage mich, muss man Krankenhäuser hier unten hinbauen? Ich meine, die ganzen Gebäude sind ja nicht so farblich markiert wie die ganzen Wohngebäude. Ich glaube, ich baue trotzdem eins hier hin, einfach nur um eins zu haben. Ich sage tatsächlich, dass ich das hier baue. Und da bauen wir noch ein Kleins hin. Und da bauen wir noch ein Kleins hin. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur noch die 60.000 knacken, damit ich Flughäfen bauen kann. Und es geht schleichend voran auf jeden Fall. Ist es jetzt alles gebaut eigentlich schon? Nee oder? Nee. Die Straße hätte ich vielleicht von Anfang an ein bisschen dicker bauen sollen. Ja, ja. Die aber nicht. Das ist nun das immer wieder ein neueres Schuss. machen muss, ey. Genau, ähm. Genau, der Plan ist es jetzt. Nurgle Town natürlich jetzt überarbeitern. Hier, glaube ich, mit, ähm, geringer Besiedlung und hier mit Core-Besiedlung. Ja, und dann, wie der Plan weitergeht, habe ich eigentlich schon erzählt. Na, hier unten weiter, auf jeden Fall. Und vielleicht halt sogar dann halt außenrum noch. Mal gucken, wie ich mich dann entscheide. Aber das erfahren wir erst morgen, beziehungsweise ich, nach dem Wochenende. Hier ist kein Wasser. Das fixen wir nochmal schnell. Und damit würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich weiß gar nicht, was heute ist. Ich glaube, heute müsste Dienstag sein. Also, für mich ist heute Freitag. Aber das müsste Dienstag sein. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Abend. Bis dahin. Tschüss. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020